Die Saison ist wirklich speziell zu Ende gegangen und nachher hatte ich schon ein bisschen Bedenken. Als Athlet habe ich einfach geschaut, dass ich wirklich alles habe, dass für mich alles passt und jetzt plötzlich muss ich eher schauen, dass es für die Athleten alles passt. Und nachher habe ich mich recht schnell zurechtgefunden und ich habe wirklich Spass daran. Es macht wirklich Freude, mit den Athleten zusammenzuarbeiten. Ich probiere wirklich die Voraussetzungen zu schaffen für die Athleten, damit sie sich entwickeln können, damit sie wirklich das Posential ausschöpfen können. Gut Athlet sein ist schon ein Privileg und man hat schon viele Freiheiten und es ist ein anderes Leben. Es ist wirklich ein schönes Leben, das habe ich lange genossen und viele Sachen bin mir gar nicht so bewusst gewesen, was alles als Arbeit auf einen zukommt als Trainer, was drum herum läuft. Ich bin gespannt, um zu sehen, wie die Resultate auskommen, vor allem mit den Athleten, die ich zusammengearbeitet habe. Um zu sehen, wie sie im Vergleich mit den anderen stehen. Um selber mitzumachen, das weiss ich jetzt immer nicht. Nein, habe ich gar nicht.